Hallo, das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Letztläkchen im Harz. Hallo, kleine Fruko. Da ist doch immer sein, Max. So, wir sollten letztes Mal wieder hierhin zurück. Und jetzt möchte ich noch was machen. Königsangehänger. Nein, Simplexus. Ja. So, gucken wir, was das da steht. Der Schwertanhänger offenbart die wahre Gestalt des Schwertes. Die Anhänger sind die Quelle der Kraft. Und beim Simplexus besitzt eine lange Reichweite, führt allerdings nur selten Volltreffer aus. Tja, mich nimmt trotzdem Simplexus. Wir haben noch was bekommen. Ich weiß nur nicht, was das war. Es ist schon wieder ein bisschen her. Ja, für euch ist ein Tag her. Für mich nicht. Ja, genau, hier war es ja. Analyse. Hab hier das Gegner erscheint. Ja, geil. Ich will gerade alles nur auf einmal. Boah, weil mein Hetz wird kaputt ist. Das nervt ein bisschen. Aber sonst geht's. So, ansprechen. Nein, ich will nicht einkaufen. Ich möchte, ähm, gehen wir ein bisschen. In letzter Zeit verschwinden Sachen aus dem Laden. Oh, die seltsam borauscht ich mir noch. Oh Mann. Okay. Gehen wir jetzt nach Faber's Roadstrip. Dann, da, 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 da. Miau, 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 miau. Okay, lassen wir das. Ähm, okay. Weg finden. Ich bin gerade orientierungslos. Genau hier lang Grenzen. Ähm, ich weiß leider nicht, wo Leon ist. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich hab's bis Alice immer wieder angespielt. Aber ich hab's nur einmal komplett durchgespielt. Und das ist Jahre her. Da heißt es hier jeden Tag. Ich hab keine Ahnung. Ich will sagen, ähm, wie's weitergeht. Ich hab zwei mehrmals durchgespielt. So, oder drammal. Und halt oft angespielt. Aber das hier nur, wirklich nur einmal durchgespielt und mehrmals angespielt. Aber immer nur bis zu Alice. Und das war's dann auch. Deswegen kann ich euch leider nicht sagen, ähm, Oh, Leon, jetzt ist er ein bisschen zu schieben. Das ist sozusagen leid, in dem Sinne. Alles tot? Aber ich hab da so eine Idee, wo er sein könnte. Ich möchte aber vorher hier noch... Was hat hier noch was? Oh nein, nicht du. Geht's raus? So, komm mal her. Geht's raus? Zieh? Was? Das ist ein bisschen auf. Weiß. Aua. So, jetzt ist er tot. Und ich möchte bitte die Kostraller. Da haben wir wirklich viel Geld. Oh nee, da ist ja noch einer. Da, seht ihr die vielen kleinen... ...koll, die dann hier? Die gelben sind in der Kilo. Die Kilo, die hier sind die Kilo. Da ist die Heil. Aber von denen gibt's so viele Kilo. Das ist nicht sehr geil. Oh, komm mal her. Heiler ist die Kilo. So. Ach, war ich. Was MP hast du gelernt? Ja, ist der Super, Donald. Was ist das denn? Bin MP, Donald. MP, Hass. Ah, MP-Heilung wird beschleunigt. Nein. Nein. Nächstes Level und nächstes Level erfasst man sein. Ich glaube, ich glaub's nicht. Wird ich die Pfeffer machen? Hallo! Ah, ich komm mich ja nicht mehr dran. So, jetzt aber. Das hat jetzt aber ein bisschen gekriegt. Ich glaub, es ist noch einer, oder? Ja. Ähm, okay. Hier ist die Pfeffer. Okay, aber. Hup! Aua, 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 aua! Luka? 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 Okay. Hallo? Okay, Jungs. Guck mal, dass sie alleine auf der Pfeffer hat. Ja. Okay. Vita, und dann geht's. So, ich hab dich geheilt. Okay. Okay. Hallo? Gut. Dann haben die gesagt, ich hab keine Ahnung, wohin ich muss. Ich tippe jetzt einfach mal, was kommen hier für Bücher? Okay. Also, wenn ich nicht so was. Die Gelben geben übrigens drei. Ich glaub, wir klauen ein XP. Also, XP ist immer XP. Ja, ich hab mehr HP. Das ist gut. Und an HP mangelt's mir irgendwie. So wie ich das verstecken hab. Ja, übrigens ein lieber Freund von mir, Ben, heißt der, ich auch grad auf der Haft. Und das ist gerade. Ich weiß nicht, wie schnell er das ist, aber wahrscheinlich ist er auch größer. Ähm, hat mir verraten, was man am Anfang sagt. Ich wusste das nicht, aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum. Die Verhaltigkeit beeinflusst. Die Level ist drin. Ich hab halt irgendwas anderes noch. Aber was weiß, hab ich mir gefragt. Und ich hab anscheinend ausgewählt. Ich hab am Anfang sehr scheiße leveln. Und ja. Fand ich jetzt nicht so toll, dass ich das gehört hab. Aber gut. Kann ich jetzt nicht noch mehr machen. Ist das gerade so? Ja, dann muss ich los. Ich geh mit dem richtigen Angelegen. Ich hab das nicht, dass das alles wieder habe, Leute. Ähm. Und? Ich hör den angeskyped. Das ist sehr schön. Ich hör das gar nicht, weil die Musik bei mir so laut ist. Und ich hör denjenigen, der wir auch gleich töten. Ich- ich- ich mach jetzt einfach mal Werbung für ihn, weil er mich angeskyped hat. Der liebe Herr, doch ein Bonus hat mich angestellt und ich hab vorher noch gesagt, ich werd ihn aufnehmen gehen. Ist der nicht nett zu mir? Das ist total nett. So gut, wir haben's mit? Oh nein! 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 Ah, die geben sogar 10, die Komponien! Wo ist das große Ding? Oh, ich hab jetzt gerade wieder ankommen. Und? Hadewammel! Ah, das sind ja schon wieder Viecher! Ich bin ja hier, wir waren immer wieder in die Komponien. Ja, jetzt sind wir auch noch und haben eine... also, wir haben nur damit immer einen Vergleich gekriegt. Mit dem Aufnehmen steht und mit dem, was ihr gerade seht... Ich hab heute mit dem Aufnehmen die 3 hochgeladen. Und... Ich hab hier das Video gekriegt. Was hofft? Oder was da? Ich weiß es nicht genau. Oder mit ihr seht... Ähm... Falls ihr mit Hitsch geben wollt. Ich weiß nicht, ob sie doch noch mal regulieren, wenn ich noch keine Zeit mehr aufnehmen hab. Aber ich bin jetzt einfach mal an, weil... Die Spiele und so geht vor. Deswegen finde ich dann am besten, dass ich Zeit aufnehmen kann. Ich hab jetzt mal Abfolgen auf. Okay, jetzt fast. Und... Das ist eigentlich... Ja, auch praktisch. Das heißt, ich hab auch wieder mit Hitsch geben. Und ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ich die Wartner spiele. Wenn sie mir sie holen. Ich verachte aber, was hier ist los. Das ist natürlich nicht... Aber... Ein... Ich hab bestimmt in dem Hartz 2 einiges Zeichen. Ähm... Ich muss ehrlich sagen... Ähm... Ich weiß nicht mehr, ob ihr recht verstanden habt. Allein wegen... Darum, dass Ariat keine kurscheißspielbare Welt mehr ist. Da hab ich gesagt, ich hab einfach mal Ja. Aber wirklich. Aber es ist viel schöner. Ich meine persönlich nicht mehr. Ich mag hier den Hartz 2 mehr. Auch was einfaches. Ich mag das einfach mehr. Ich weiß nicht. Ich mag es einfach. Ich liebe es. Ich weiß, dass ich nicht mein Lieblingsspiel. Gut. Dann schauen wir mal, was ist hier draußen. Ich kann mir wissen. Nichts. Nee, verdammt. Aha. Ja. Ja... Ja. Ja! 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 Tja! Die Tja. Ja! 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 ja 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 Aber ich weiß nicht, wann ich das machen muss. Hier kann ich nicht rein. Oh, das wird jetzt ein Durackensprung. Dann schaffe ich nicht. Oh, bin ich so. Ich bin ein Rischof. Aber man kann auch so ein Rang probieren. Ist das nicht toll? Falala! Ohoho! Ohoho! Ohohoho! 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 Ohohohoho! 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 Ich weiß nicht, weil ich nicht springen. Ich wollte mich aufs Feuer. Weil, ja, wenn ich mich jetzt mal hoch und dann... Ich kann mal durch die Wille auf den Knüppel, die ist und das und der. Nee, ich kann wieder hab. Gut. Ach, wer ist los? Gehen wir mal schauen? Ich bin jetzt die ganze Zeit mit meinem... Huuuah! Huuuah! Nein, ich bin runtergefahren. Super. Huuuah! Huuuah! Ich bin jetzt diechnischen. Ohohohoho! Huuuä! Ohohohoho- 1, 2, 4, 5, 2 ... Huuuah! Ben, ich bin jetzt aus. Es ist egal, wir haben hier viel an. Feuer! Ich wusste es. Ich wusste es. Oder anders. Oh ja. Geil. 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 Bis dahin. Ciao.